Hallo, hallo, hallo. So schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. Schön, dass du wieder reingeschaltet hast in eine neue Folge von Wagemutig. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du mir deine Zeit schenkst. Ich freue mich auch darüber, dass ich heute mit dir wieder ganz viel Wissen teilen kann zu den drei anderen Typen aus dem Human Design und wie diese Typen ihre Energie und das, was sie ganz natürlich mitbringen, für sich am vorteilhaftesten und am einfachsten in ihrem Business einsetzen können, sodass das mit dem Erfolg sich vielleicht in der Tat ein bisschen leichter anfühlt, ein bisschen mehr im Flow ist, ein bisschen mehr nach dir anfühlt. Weil darum geht es ja. Es geht ja darum, dass du Erfolg für dich generierst in deinem Leben auf eine Art und Weise, die sich für dich gut anfühlt. Weil was bringt dir der schönste Erfolg, wenn der ganze Weg dahin mühselig ist, schwer ist, du das Gefühl hast, du bist eigentlich nicht du, du verausgabst dich vielleicht. Oder du hast auch einfach schlichtweg irgendwann, wenn du zurückguckst, das Gefühl, das war eigentlich gar nicht ich. Ich habe da die ganze Zeit irgendwas gemacht, was sich eigentlich für mich nicht richtig angefühlt hat, was sich schwer angefühlt hat, was sich angefühlt hat, als hätte ich mir irgendwie so ein Business-Mäntelchen übergezogen, aber nicht authentisch und ehrlich nach mir. Und damit sich dein Erfolg gut anfühlt und auch der Weg zum Erfolg gut anfühlt und du eben nicht so bist, dass alles quasi, bis du den Erfolg erreicht hast, doof ist, dafür hilft es, wenn du das eben in deiner ganz eigenen Energie machst. Und in der letzten Folge habe ich ja schon gesprochen über die Generatoren und die Projektoren. Und in dieser Folge geht es jetzt nochmal um die Reflektoren, die Manifestoren und die manifestierenden Generatoren. Und ich fange auch direkt an mit den Reflektoren, weil die letzte Folge war ja schon 45 Minuten lang und dieses Mal habe ich sogar drei Typen. Insofern, let's go! Wenn du Reflektoren bist, dann weißt du das wahrscheinlich schon und wenn nicht, dann weißt du es jetzt, bist du tatsächlich ein sehr, sehr seltener Typ. Es gibt weltweit ein bis 1,3 Prozent Reflektoren. Das heißt, du bist wirklich per se sehr, sehr besonders mit deiner Energie. Jeder Mensch ist besonders, jeder Mensch ist einzigartig, aber diesen Typ, den du mitbringst, den gibt es halt tatsächlich nur ein bis 1,3 Prozent mal auf der Welt. Also bist du per se schon wirklich sehr, sehr besonders mit deiner Energie. Du hast dir tatsächlich als Reflektor insofern auch eine krasse Rolle in der Gesellschaft ausgesucht und gleichzeitig kannst du es positiv sehen mit der krassen Rolle, weil deine feinfühlige Energie, deine Kraft, deine Energie, deine Transformationsfähigkeit für andere ist eben so groß, dass ein Reflektor auf 100 Menschen gerechnet ausreicht. Weil ansonsten gäbe es mehr Reflektoren. Dann gäbe es meinetwegen 15 Prozent weltweit, 20, wie auch immer. Aber die Tatsache, dass es von dir als deine Art nur ein bis 1,3 Prozent gibt, heißt, dass deiner Kraft sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Dein Einfluss kann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlos sein, wenn du dir erlaubst, in diese Energie zu gehen. Du bist quasi wie die weise Frau in so einem Indianerdorf, die eigentlich immer weiß, was bei allen anderen los ist. Und deswegen geht es natürlich bei dir auch als Thema um Heilung, Heilung für andere. Du bist ein unfassbarer Verstärker, wie so eine Art Prisma oder Spiegel, sagt man auch. Also du spiegelst, du spiegelst die ganze Zeit die Menschen um dich herum. Du hältst ihnen im wahrsten Sinne des Wortes den Spiegel vor. Und deswegen kannst du natürlich Ungleichgewichte aufzeigen. Du kannst Verstärker sein, weil du einfach ganz wie von selbst, wenn du in deiner Energie bist, die Menschen in deiner Umgebung auf ihre Themen, auf ihre Bereiche, wo sie vielleicht heilen dürfen hinweist, das ihnen aufzeigst. Und du bist eben auch ein Prisma, also auch da wieder, das ist ja auch ein Verstärker für zum Beispiel positive, gute Sachen. Und Spiegel ist insofern ein wunderbares Bild für dich, weil anders als, obwohl du ein ganz weißes Chart hast, also du kannst nur Reflektor sein, wenn dein Chart komplett weiß ist, ist es nicht so, dass du zum Beispiel wie so ein Projekt dort, dass du, dass du so krass beeinflusst wirst. Sondern es ist in der Tat so ein bisschen wie so ein Spiegel. Was eben heißt, du spiegelst deinem Gegenüber, was bei dem Gegenüber los ist. Aber die Menschen kommen sozusagen eigentlich nicht hinter den Spiegel. Hinter dem Spiegel bist du. Hinter dem Spiegel ist das, was bei dir abgeht. Hinter dem Spiegel ist das, wo du vielleicht auch eben Menschen brauchst in deiner Umgebung. Und das wäre jetzt tatsächlich auch eine Sache, die für deinen Business-Kontext wichtig ist. Du brauchst Menschen in deiner Umgebung, die dich anerkennen für das, was du bist, was du alles weißt. Es ist wichtig, dass du Menschen in deiner Umgebung hast, denen du erlaubst, hinter diesen Spiegel zu gucken. Und das sind im Idealfall Menschen, die auch schon, sagen wir mal, ein bisschen bewusster sind, die sehr bei sich sind und die in der Lage sind, für dich auch den Raum zu halten. Weil dann kannst du sozusagen am kraftvollsten der Spiegel für andere sein. Wenn du in deinem Higher-Self bist, dann lässt du dich vom Leben überraschen. Du gehst auch mit dem Flow. Du lässt dich immer wieder überraschen vom Leben, von allem dem, was irgendwie um dich rum passiert, was dir so vor die Füße gespült wird. Und das Not-Self ist, dass du enttäuscht bist und dass du dich vor allen Dingen zu sehr anpasst, weil du versuchst, in eine Gesellschaft zu passen, die eigentlich nicht deine ist, weil du eben anders bist. Weil du anders bist, ist es für dich auch so, dass in deinem Business, du machst eigentlich deine eigenen Regeln. Klassische Business-Strategien, Business-Regeln, die sind überhaupt nicht für dich. Die sind nicht von Reflektoren gemacht, die sind nicht von Reflektoren erdacht. Das sind Strategien, die einfach auf deine Art zu sein, nicht zu treffen. Das heißt, du hast den totalen Freifahrtsschein, deine eigenen Business-Strategien und Business-Regeln zu leben. Du bist am erfolgreichsten, wenn du andere Menschen transformierst, weil du durch diese Spiegelqualität, allein durch dein Sein, allein durch die Fähigkeit, präsent zu sein, da zu sein, jemand den Raum zu geben, Fragen zu stellen, kannst du Emotionen, Zweifel, Erfahrungen, Glaubenssätze, alles Mögliche, was da so rumwabert, vom Unbewussten ins Bewusste holen und machst damit den Weg frei für Transformation. Heißt aber auch, dass du natürlich jemand brauchst, der dafür bereit ist. Also, du kannst den Dackel nicht zum Jagen tragen. Wenn der Dackel nicht jagen will, dann will er nicht jagen. Wenn dein Mentee nicht bereit ist für Transformation, dann wird es für dich anstrengend. Du bist überhaupt nicht für Masse gedacht. Du bist wirklich für, du darfst sehr nischig unterwegs sein und darfst dir eben sehr spitz wirklich Menschen suchen, die in dem Bereich, auf den du Lust hast, wirklich offen sind für Transformation. Weil du wirklich eine unfassbar besondere Sicht auf die Dinge hast, auf das Leben hast, auf Menschen hast, die Welt, Politik, was es eigentlich braucht, um gesellschaftlich Sachen zu transformieren und zu verändern. Dieser Blick, den du auf die Welt hast, ist einzigartig. Das Verständnis, was du hast, ist einzigartig. Die Sensibilität, die du mitbringst, ist einzigartig. Damit zeigst du Menschen auf alle Fälle auch ihre blinden Flecken. Und das Coaching mit dir kann anstrengend sein. Es kann pieksig sein. Es kann nervig sein. Es kann triggern. Es kann sein, dass Menschen einfach nur sagen, so ganz ehrlich, jetzt reicht es mir, weil du das alles aus der, aus dem Unbewussten hochholst. Und es geht aber nicht darum, dass du dann für die die Arbeit machst. Also das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, der Spiegel zu sein, damit dein Gegenüber selber in die Transformation kommt. Deswegen eben sehr bewusst sein, mit wem du überhaupt arbeiten möchtest. In deinem Marketing darf diese Superpower natürlich rauskommen. Es darf erkennbar sein, wie besonders deine Fähigkeiten per se sind. Und gleichzeitig, weil du eben auch viel Zeit brauchst für dich, viel Ruhe, weil es eigentlich darum geht, dass du deine Energie und dein Business so gut es geht nach dem Mondzyklus richtest, weil der ist für dich extrem wichtig, weil du kein solarer Typ bist, sind zum Beispiel Automatisierung natürlich super. Alles das, was dir automatisiert, Arbeit ab einem Terminkalender antworten, vielleicht auch irgendwie eine Assistentin. Alles, was es eben dir ermöglicht, dass es schnell ist, einfach ist, bequem ist, damit du deine Energie, deine wertvolle Energie wirklich für deine Klienten zur Verfügung stellen kannst. Erlaub dir, ungewöhnlich zu sein, erlaub dir, innovativ zu sein, erlaub dir, anders zu sein, weiser, tiefer, schräger. Teil authentisch, was in dir vorgeht, in dem Wissen, dass dein Verständnis von ganz vielen Dingen schon so besonders ist, dass darüber sich schon Menschen angezogen fühlen. Und jetzt kommen wir zum nächsten, auch sehr spannenden Typ, dem Manifestor oder der Manifestorin. Auch du bist wirklich sehr, sehr selten. Du bist sozusagen der zweitseltenste Typ. Nicht ganz so selten wie der Reflektor, aber der Manifestor, den gibt es auch tatsächlich ungefähr nur acht Prozent oder davon gibt es ungefähr nur acht Prozent weltweit. Der Begründer des Human Design, der, der das alles quasi gechannelt hat, empfangen hat, der war auch Manifestor. Also insofern bist du in bester Gesellschaft. Der Manifestor bringt wirklich eine ganz andere Energie wieder mit. Du bist Initiator, Impulsgeber. Und überall da, wo im Human Design es heißt, okay, du sollst nicht initiieren, du sollst eher reagieren, du sollst irgendwie auf das Leben antworten, du sollst auf Einladung warten, du sollst dich dem Leben hingeben. Alalalalala. Du nicht. Du bist tatsächlich hier, um zu initiieren. Du hast den Impuls, was zu machen. Und es ist ein Go. Du gehst einfach los. Es geht um Aktivität bei dir. Es geht darum, Dinge in Bewegung zu bringen. Du bringst entweder dich selbst oder andere in Bewegung. Du hast ein Reichtum sozusagen an Energie und du manifestierst. Du bringst Ideen in die Realität. Du machst sie manifest. Du bringst es quasi, du machst das alles greifbar. Und dann ist es so wie in diesen Comics, wo man dann manchmal so einen Hund oder so und dann sieht man irgendwann nur noch, wie so die Pfoten durchdrehen und man sieht irgendwie hinten diese kleinen Wölkchen. Und alle anderen, die hinter den Wölkchen stehen, denken nur so, huch, was ist denn jetzt passiert? Wo ist er denn hin? Was ist passiert? Was hat ihn jetzt getrieben? Das ist der Manifestor. Das bist du. Du hast diese Aura oder den Flair von Unbesiegbarkeit. Du hast so eine Kriegerinnenenergie. Du bist irgendwie stark, kraftvoll, schnell. Du initiierst. Du bringst Menschen eben in die Umsetzung. Du kannst Energie freisetzen bei dir, bei anderen, in Unternehmungen, in Projekten. Du bist ein unfassbarer Katalysator, weil du eben selber diese krasse Antriebskraft mitbringst. Und ja, du kannst dir auch sagen, wenn du manchmal irgendwie denkst, ganz ehrlich, wieso dauert das denn alles so langsam und wieso kommt die denn alle nicht mit? Du bist anders. Du bist anders. Du bist tatsächlich hier, um zu initiieren, um zu machen, um durchzusetzen, um loszurennen, um irgendwie und nicht lange zu warten, um nicht lange zu fackeln und nicht lange abzuwägen. Aber das ist für andere Menschen anders. Und die kommen auch in ihre beste Energie, wenn sie es anders machen. Du wiederum kommst in deine beste Energie, wenn du dir auch erlaubst, schnell zu sein, mega kraftvoll, mega fokussiert, diese starke Energie wirklich zu nutzen für dich. Und zum Beispiel hemmt dich in deiner Energie, wenn du versuchst, es jedem recht zu machen. Das ist so ein richtig, wenn du versuchst, everybody's darling zu sein und quasi das liebe, nette Mädchen zu sein und es wirklich jedem recht zu machen, für jeden irgendwie so ein bisschen gutes Ohr zu haben, immer lieb zu sein, immer da zu sein, immer verständnisvoll zu sein, dann dimmst du dich. Du bremst dich aus. Erlaub dir zu polarisieren. Die Menschen lieben dich oder sie hassen dich. Das ist tatsächlich einfach deine Energie und deine Aufgabe hier. Du bist nicht hier, um allen zu gefallen. Du darfst anecken, du darfst Menschen verärgern. Das bedarf dann vielleicht inner Work, dir das irgendwie rauszunehmen und dich damit gut zu fühlen und dich damit wohl zu fühlen. Und das ist dann eine Sache von Mentoring oder Coaching. Aber es ist definitiv so, dass es dich in deine beste, höchste, schnellste, klarste Energie bringt, wenn du dir erlaubst, schnell zu sein und nicht so viel Rücksicht zu nehmen. Human Design ist am Ende eh ein Tool, was ziemlich egoistisch ist. Und zwar im Positiven. Es geht darum, dass du dir erlaubst, egoistisch deins zu machen, auf dich zu hören, deiner Autorität zu folgen. Und das gilt für alle Typen. Und es gilt aber auch sehr eben für dich. Dein Not-Self ist, dass du, wenn du das zum Beispiel irgendwie, wenn du eben zu lange warten musst, wenn du zu lange abwägen musst und du ausgebremst wirst, dann wirst du wütend. Du wirst quasi rasend vor Wut. Und das ist immer dann für dich ein Zeichen, dass du dich irgendwo limitiert hast, dass du dich gedimmt hast, dass du dich ausgebremst hast. Also es geht darum, dass du diesen Impulsen folgst, so schnell bist. Und das hat dann zur Folge, dass du manchmal so ein bisschen unnahbar auf andere wirkst, weil sie dich eben nicht greifen können, deine Menschen. Oder weil es eben genau dieses Gefühl ist, was ich am Anfang beschrieben habe, dass man denkt, so huch, was macht er denn jetzt schon wieder? Oder was macht sie denn jetzt schon wieder? Wo ist sie denn? In welchem Projekt hat sie sich denn jetzt schon wieder vergraben? Nicht alle Menschen in deinem Umfeld können damit wahrscheinlich umgehen und deswegen ist es ja tatsächlich auch so, dass man über den Manifesto sagt, dass um das sozusagen für deine Mitmenschen ein bisschen abzumildern und nicht ganz so herausfordernd für dein Umfeld zu sein, ist eine Fähigkeit, die du lernen darfst, ist einfach zu informieren. Also quasi nicht einfach abzuhauen und dich in irgendein Projekt zu vergraben, sondern zumindest vorher mal zu sagen, ich mache jetzt übrigens das, ich bin jetzt den ganzen Tag damit beschäftigt, störe mich bitte nicht. Es geht nicht darum, dass du um Erlaubnis fragst oder eben sagst, wäre das jetzt okay? Und dann wieder in dieses ganze Abwägen kommst. Es geht aber darum, dass du sozusagen deinen Mitmenschen einmal die Chance gibst, dass sie verstehen, was denn da, also dass du jetzt gerade wieder sowas hast, so ein Manifesto-Ding und eben was durchziehen musst und irgendeinem Projekt folgst oder dich in irgendeinem Thema eingräbst oder irgendwas für dich lösen willst. Es hilft dir tatsächlich, wenn du lernst, andere darüber zu informieren, bevor du eben losrennst. Im Business ist für dich, kann man ja schon ziehen aus dem, was ich gesagt habe, für dich ist wirklich hilfreich zu wissen, dass du eben ein unglaublich guter Initiator bist. Du kannst Dinge ins Rollen bringen, du kannst Dinge ins Leben bringen, du kannst Dinge umsetzen. Deine Aktion, deine Taten, dein Tun, deine Schaffenskraft, die dann da freigesetzt wird, hat Einfluss auf deine Umgebung. Der wahrscheinlich wichtigste Wert auch für dich als Manifesto in deinem Unternehmen, in Projekten, in die du eingebunden wirst, in Kooperation, ist Freiheit. Es ist nicht gut für dich, wenn du in irgendeiner Art und Weise zu sehr in einem engen Konstrukt hängst. Du willst freie Entscheidungen treffen können, du willst frei umentscheiden können, du willst deine Vision leben können. Und das ist auch einfach wichtig für dich. Du hast eigentlich so eine angeborene Chefenergie. Du bist eigentlich, bist du der Boss im Raum, der halt einfach sagt, wie es läuft. Und du weißt auch, wie es läuft. Wenn ich mich richtig, doch es ist so, dass den Manifestoren wird auch nachgesagt, dass sie so eine Pharaonen-Energie haben. Also es ist halt tatsächlich so aus der alten Welt, es ist so dieses, okay, die sagen halt einfach, wo es lang geht. Und so ein weiser Pharao-Herrscher, der war ja jetzt auch nicht so, dass er quasi, der hat jetzt nicht unbedingt Demokratie gelebt und irgendwie erstmal jeden angehört und geguckt, wie er es jedem recht machen kann und was jetzt vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner ist. Das ist nicht dein Weg. Kleinster gemeinsamer Nenner ist dein Killer. Du bist irgendwie super klar, wenn du eben einfach schnell vorwärts gehst, wenn du initiierst, wenn du Dinge umsetzt. Und das hilft dann anderen auch, dass sie allen überflüssigen Kram zum Beispiel vergessen, dass sie sich nicht mehr von so kleinen kleinen Sachen aufhalten lassen, dass sie, wenn sie zum Beispiel bei dir im Coaching oder Mentoring sind, dass sie lernen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, dass sie fokussierter sind, dass sie nicht mehr zerstreut sind und dass sie einfach vorwärts kommen. Sie einfach vorwärts kommen. Da ist eine ganz tolle Umsetzungsenergie drin. Und das suchen Menschen auch bei dir. Menschen suchen bei dir dieses, dass sie auf einen neuen Weg mitgenommen werden wollen. Die spüren, dass jetzt dann nicht mehr so die Zeit ist für Ausreden, für Jammern, für so ein bisschen, ach und ich weiß nicht und vielleicht morgen und ach und ich habe jetzt noch dies und das und jenes und eigentlich, ja, ich würde das schon gerne machen. Aber, aber, aber das ist nicht das, was man bei dir als Manifestor bekommt, wenn man dich zum Beispiel als Coach, Mentor, Berater hat. Von dir bekommt man klare Worte. Weniger reden, mehr machen. Du rüttelst auf, du wächst auf, du bist super klar fokussiert auf die Ziele und dann ist da echt eben dieses Bäm, 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 Bäm umsetzen. Und deswegen ist es zum Beispiel für dich auch wichtig im Business, dich auch da zu fokussieren. Also, dass du nicht super viele Optionen anbietest, sondern dass es meinetwegen irgendwie zwei Wege gibt, wie man mit dir arbeiten kann. Bäm, das ist es. Entweder du willst oder du willst nicht. Auch da, hab den Mut, anders zu sein. Hab den Mut, deine eigenen Regeln zu machen. Triff deine eigenen Entscheidungen. Frag nicht so viel andere um deren Meinung. Guck nicht so viel links und rechts, was die Business-Strategie ist, die vermeintlich gut funktioniert. Mach dein Ding. Und jetzt haben wir als letztes noch die manifestierenden Generatoren. Ungefähr die Hälfte aller Generatoren weltweit sind MGs. Also, die Hälfte der Generatoren sind MGs. Ungefähr 33% weltweit. Und da steckt eigentlich auch schon irgendwie eine super wichtige Message drin. Du bist Generator. Im Kern hast du eine Generatoren-Energie und nicht eine Manifesto-Energie. Du hast sozusagen diese Manifesto-Energie hast du noch so on top obendrauf bekommen, wie so die Kirsche auf der Sahne. Aber die Grundenergie, das Grundrauschen ist eine Generatoren-Energie. Das heißt, auch du hast als Devise, dass du auf das Leben reagieren darfst, sollst, musst. Um in deiner besten Energie zu sein und dich dem Leben hinzugeben. Es geht nicht darum, dass du initiierst. Auch wenn du eben das Gefühl hast, du bist sozusagen der coolere, bessere Generator, weil du ein Money-Gen bist und dann immer das Gefühl hast, okay, du kannst irgendwie initiieren. Du bist Generator von deiner Grundenergie. Das Thema ist aber bei dir, anders als zum Beispiel bei den Generatoren, das Thema ist bei dir Vielfältigkeit. Der Generator ist ja so, dass er sozusagen in seine allerbeste, klarste, coolste Energie kommt, wenn er sich erlaubt, Dinge zur Meisterschaft zu bringen. Wenn er sich auf ein paar Dinge konzentriert und die dann richtig, richtig gut macht. Du als Money-Gen bist halt sozusagen so, dass du kannst auch irgendwie, keine Ahnung was, zehn Bälle gleichzeitig in der Luft halten und kriegst darüber auch noch Energie, dass du diese zehn Bälle in der Luft hältst. Also Vielfältigkeit ist auf alle Fälle echt dein Thema. Du bist ein krasses Energiebündel und dein Thema ist auch noch die Authentizität. Strategie habe ich ja schon gesagt, du antwortest auf das Leben, du probierst dich aus, du informierst auch, da kommt wieder so ein bisschen der Manifesto rein. Du bist so in deiner Art, bist du irgendwie echt leuchtend, du bist mitreißend. Manchmal kommt da der Manifesto auch so ein bisschen rein, dass wenn du so ganz versunken bist in irgendeinem Projekt, in irgendeiner Arbeit, dann bist du so ein bisschen verschlossen, dann kommt man nicht mehr so gut an dich ran. Aber prinzipiell hast du dieses leuchtende, kraftvolle des Generators, ganz viel Lebensfreude, Lebensenergie. Du bist super schnell, du bist super vielfältig, du bist kraftvoll, du bist kreativ, du bist anziehend, du hast eine Ausstrahlung, die andere Menschen anzieht. Wenn du eben in deinem Schatten bist, also in deinem Lower Self, dann hast du den Frust des Generators und die Wut des Manifestors. Also, was ich auch da kriege, hast du dann auch sozusagen die Lower Self-Seiten von beiden Elementen mitbekommen. Genau, also Frust und Wut ist immer ein Zeichen dafür, dass du auf dem falschen Weg bist. Wenn du frustriert bist, wenn dich Dinge wütend machen, wenn du irgendwie merkst, du hast so ein bisschen dieses Bäh in dir, dann kannst du in der Tat das irgendwie für dich nutzen, innehalten und dich wirklich ehrlich fragen, bin ich hier auf dem richtigen Weg, mache ich wirklich das, was sich für mich richtig anfühlt. Und richtig anfühlt ist eben immer das, was deine Autorität dir sagt. Das ist alles das, was aus dem Bauch, was aus dem Körper kommt, darauf zu vertrauen. Und das hast du dann wahrscheinlich in der Vergangenheit nicht so gemacht, wie du es machen solltest. Und deswegen bist du jetzt frustriert oder wütend. Weil du so ein krasses Energiebündel bist, hast du sozusagen fast wie so eine ruhelose Energie. Du willst eigentlich auch irgendwie immer so ein bisschen was zu tun haben. Deswegen, das kann dann auch noch eine Schattenseite sein, dass du quasi beschäftigt bist um des Beschäftigtsein Willens. Und auch da darfst du dann irgendwie gucken, beschäftigst du dich wirklich mit den Dingen, die dir Freude machen, die sich gut anfühlen, wo dein Körper dir auf irgendeine Art und Weise signalisiert hat, oh, das ist genau unser Ding, darauf haben wir Lust, das fühlt sich richtig an. Weil nur beschäftigt sein mit Dingen, die dir keine Freude machen, das bringt dich natürlich nicht in deine mega coole Money-Gen-Energie. Und es geht eben auch nicht darum, und das passiert natürlich irgendwie durch die Prägung unserer Gesellschaft manchmal ein bisschen und weil du auch schlichtweg die Energie dafür hast, zu sagen, ich habe heute wieder super viel geschafft und geleistet und To-Do-Liste ist abgearbeitet und bam, 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 bam und ich bin irgendwie gut. Das kannst du alles, weil du die Energie dafür hast. Es wird dich aber nicht erfüllen und freudvoll und glücklich machen, weil es geht nicht darum, dass du was tust, nur um des Tuns willen. Also du darfst schon immer wirklich hingucken, sind das die Dinge, die dir wirklich auch Energie schenken? Sind das die Dinge, die sich für dich richtig anfühlen und nicht, die du dir richtig denkst? Als Money-Gen gilt natürlich generell für dich auch genauso wie für den Generator auf das Leben reagieren. Im Englischen so schön dieses Wort Responsibility, also die Ability, die Fähigkeit zu responsen, zu antworten. Das ist deine krasse Heilungsreise in diesem Leben, weil wir nicht dahin, also wir sind ja null so geprägt, wir sind null so erzogen, dass wir auf das Leben antworten, auf das, was uns quasi an Chancen, Möglichkeiten, Menschen, Projekten, Kooperationen, und alles das, was uns sozusagen vor die Füße gespült wird, da einfach auf unseren Bauch zu hören und zu sagen, oder eben auch auf deine Autorität zu hören und zu sagen, ach, das fühlt sich gut an, darauf habe ich Lust, da steigt die Energie. Aber das ist tatsächlich genau das, worum es für dich geht. Im Business bist du mit dieser krassen Energie, mit diesem Powerhouse, was du bist, ein Speed-Umsetzer. Also, deine Energie darf lauter sprechen als deine Worte. Du kannst mega schnell, mega krass erfolgreich sein. Aber Fokus auf die Projekte, die dir wirklich wichtig sind, das ist eben essentiell. Okay, dein Profil auf Instagram, das, was du anbietest, kann am Ende auch irgendwie bunter sein als bei anderen Menschen. Also, da, wo man bei anderen vielleicht eher so ein bisschen denkt, passt das jetzt eigentlich alles irgendwie noch zusammen, bei dir gibt es wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise schon eine Klammer und du darfst dir erlauben, deine ganzen Facetten zu zeigen, weil das ja deine Stärke ist. Du bist facettenreich, du bist bunt, du bist vielseitig. Erlaub dir, das auch zu zeigen und greifbar zu machen für deine Kunden und deine potenziellen Kunden. Wenn keine Resonanz kommt, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, boah, ich tue und mache und irgendwie kommt da aber nichts, es kommt keine Resonanz, niemand bucht meine Angebote, ich bekomme keinen Zuspruch, niemand reagiert auf meine Sachen, die ich irgendwie mache, dann kann es sein, dass du gerade als manifestierender Generator so ein bisschen in diese Manifestorenenergie auch rutschst und denkst, okay, ich muss einfach noch mehr machen, ich muss noch mehr Menschen anschreiben, ich muss noch mehr rausgehen, ich muss noch mehr posten auf Social Media und alles sozusagen in diesem Initiieren-Modus drin steckst und das ist nicht deine Strategie. Stattdessen ist es dann für dich wichtig, dich echt zu fragen, okay, in welcher Energie bist du denn gerade? Bist du gerade frustriert? Bist du gerade wütend? Wo bist du vielleicht in der Vergangenheit falsch abgebogen? Wo hast du dir doch nicht erlaubt, der Freude zu folgen? Wo hast du dir doch nicht erlaubt, das zu machen, was dich begeistert? Wo ist diese glitzerige, freudvolle, knisternde, coole Energie drin hingekommen oder verloren gegangen, die du eigentlich mitbringst? Geld folgt der Freude ist ein Mantra, was du dir tatsächlich überall hinschreiben kannst, was du überall mitnehmen kannst, weil das für dich tatsächlich dein Leitspruch ist. Wenn du dir erlaubst, in deiner Freude zu sein, in dem zu machen, was dir Spaß macht, was sich gut anfühlt und nicht, wo der Kopf sagt, das macht jetzt aber total Sinn, dann folgt dem auch das Geld. Mit deiner krassen, also du als dieses absolute Powerhouse darfst dir bewusst machen, dass du extrem schnell bist, extrem umsetzungsstark und dass es mit deinen Kunden vielleicht manchmal herausfordernd sein kann, dass du nicht unbedingt erwarten darfst, dass alle anderen das genauso schnell schaffen. Nicht jeder geht da im Schweinsgalopp durch, so wie du. Deswegen guck, um die wirklich zu erreichen, um die abzuholen, deine Kunden, aber vielleicht auch Teammitglieder, die du hast, Mitarbeiter, die du hast, um die abzuholen bei dem, was du irgendwie machst und was du umsetzen willst. Erlaub dir da manchmal vielleicht so einen kleinen Gang rauszunehmen oder zumindest mal zu gucken, sind die noch bei mir oder bin ich gerade irgendwie im kompletten Rennenmodus und die wissen eigentlich gar nicht mehr, was ist denn jetzt das 15. Projekt, was sie da gerade anstößt. Grundsätzlich kann man noch sagen, für dich als manifestierender Generator, Menschen sehen dich schnell als Leader. Die schauen schnell zu dir auf, wenn du wirklich in deiner coolsten, authentischsten, das ist ja sowieso ein Thema, in deiner authentischen Energie bist. Auch du darfst deine eigenen Regeln machen und dein Business darf diese Vielseitigkeit, die du mitbringst, übersetzen und zwar so, dass du ein Buffet an Möglichkeiten für deine Kunden anbietest. Da dürfen unterschiedliche Sachen sein, unterschiedliche Programme, unterschiedliche Angebote. Genau, erlaub dir eine megagroße Vision. Erlaub dir ein Ziel, das dich einfach wirklich mit Freude erfüllt. So ein übergeordnetes C-Ziel, irgendwas, wo du denkst, okay, ich habe no fucking clue, wie ich da hinkommen soll, aber das ist das, wofür ich gehe. Das ist das, was mich antreibt. Das ist das, was mir Freude macht. Das ist eine Vision, wo es jetzt schon in mir kribbelt und glitzert und alles irgendwie so einen kleinen Freudenrausch hat. Und innerhalb dieser Vision erlaubst du dir dann Freiheit, Flexibilität, erlaubst dir, dich auszuprobieren und erlaubst dir, auf das Leben zu reagieren. Ganz viel Freude dabei. Und zum Abschluss noch ein Wort an meine lieben, lieben Projektorinnen, die vielleicht ja auch diese Folge angehört haben, weil auch ein Verständnis für die anderen Typen, dir natürlich immer helfen kann, dass du eben auch mit deinen Mitmenschen, mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit deinen Co-Workern, dass du mit denen einfach besser klarkommst. Und an dieser Stelle aber auf alle Fälle nochmal für dich als Projektorin der Hinweis, dass es eine neue Möglichkeit gibt, mit mir zusammenzuarbeiten, und zwar vier Monate Mentorship, one-on-one, nur für Projektorinnen, inklusive einer krassen Identitätsveränderungsreise nach Botswana. Und dieses Programm heißt Pure. Und warum heißt es Pure? Pure, weil gerade du als Projektorin, wo es ja immer heißt, dass das Sein wichtiger ist als das Tun, gerade für dich gilt, dass du in deinem Sein angekommen bist, dass du weißt, wie ist deine Energie wirklich pure, wie ist sie so, dass sie rein ist, dass du klar bist, dass du fokussiert bist, dass du weißt, was du willst, dass du weißt, wofür du stehst, dass du klare Grenzen setzen kannst, dass du nicht ausbrennst in dem, was du tust, sondern aus diesem, aus dieser speziellen Energie schöpfst, die du mitbringst, wenn du wirklich inspiriert und angezündet bist. Weil es ist ein Trugschluss anzunehmen, dass du weniger Energie hast als die anderen Typen. Du bist kein Nicht-Energie-Typ im Sinne von, dass du keine Energie hast. Deine Energie funktioniert nur komplett anders. Und wenn du deine Energie sinnvoll für dich einsetzt, so wie du als Projektorin gedacht warst, dann ist da so viel Freiheit möglich, so viel Ease, so viel Vertrauen, so viel Power und eben genau auch Erfolg. Weil die Signatur des Projektors ist Erfolg. You are meant to be successful. Und zwar successful beyond your wildest dreams. Genauso wie dieser Podcast heißt. Und wenn das was ist, wo du denkst, okay, krass, I'm ready, dann schreib mir eine E-Mail an hello at annika-seitenfaden.com. Es gibt nur wenige Plätze, was einfach schlichtweg an Botswana liegt und ich auch einfach intensiv mit dir zusammenarbeiten will. Und deswegen gibt es sozusagen ein Vorgespräch. Und wenn dich das ruft, freue ich mich sehr auf dich und freue mich sehr darauf, dich in deine kraftvollste, reinste, klarste, sexieste Projektorin-Energie zu begleiten. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Oder wie auch noch immer gut bin. Vielen Dank.